Wir wollen uns jetzt hier auch nochmal zwei mögliche Realisierungen für diskrete High-Sight-Treiber angucken. Das heißt jetzt nicht, dass diese Schaltungen gut oder schlecht sind, also ich möchte jetzt nicht bewerten an dieser Stelle. Häufig sind integrierte Lösungen zumindest schneller in der Umsetzung, weil man bei diskreten Lösungen mehr Kompromisse eingeben muss, beziehungsweise alle Bauelemente selber dimensionieren muss, wohingegen bei integrierten Lösungen man meistens sozusagen über Schnittstellen direkt das sauber ansteuern kann und sich keine großen Gedanken mehr machen muss. Schauen wir uns an, das hier ist so ein diskret aufgebauter High-Sight-Treiber, der ist inspiriert von einer Realisierung, die angegeben ist auf der Seite mikrocontroller.net. An dieser Stelle von der Idee her, wir haben hier links wieder unser Steuersignal. Dieses Steuersignal treibt jetzt wieder eine Pegelwandlerstufe an, das heißt hier diesen Level-Shifter, der besteht jetzt aus Q1, Q2 und den beiden Widerständen R1 und R5, setzt dann unser Potenzial an dieser Stelle hoch. Wir haben die Bootstrap-Schaltung, beziehungsweise diese Ladungspumpe aus D2 und C1 gebildet, bezogen hier auf das Bezugspotenzial unseres High-Sight-Schalters US hier, das heißt der High-Sight-Schalter M1 mit seinem Bezugspotenzial US für die Source-Spannung. Dort werden wir diesen Kondensator C1 benutzen, angeschlossen über die Diode D2 an plus 12 Volt, das heißt dieser Kondensator wird in etwa auf 12 Volt eingeschaltet, aufgeladen werden können, wenn M1 ausgeschaltet ist, sozusagen hier über diesen Massepfad. Wir haben hier zum Ansteuern des Gates hier im Prinzip so eine Art wie ein Low-Sight-Treiber, hier wieder in so einer Inverter-Konfiguration mit zwei MOSFETs, mit einem P-Kanal-MOSFET und einem N-Kanal-MOSFET, hier wieder ein Gate-Vorwiderstand und dann haben wir hier diese Schaltung aus D1, Q3 und R6, die sorgt jetzt eigentlich bloß dafür, dass das Signal, was an dieser Stelle von Q2 kommt, einerseits hier einen High-Pegel schalten kann, andererseits Q3 zieht hier dann die beiden Gates auf Masse runter, einen Low-Pegel, um den Transistor M3 anzuschalten, wenn hier kein Strom durch Q2 fließt. Will man die Schaltung verstehen, ist es am besten sich vorzustellen, dass Q1, Q2 und D1, Q3 wie Schalter arbeiten. Das heißt hier Q1, Q2 nehmen im Wesentlichen die Zustände an, ein und aus. Das heißt hier Q1, wenn wir hier ein Steuersignal anlegen, was einen High-Pegel hat, 3,3 Volt hier in dem Fall, wird der einschalten, ist der eingeschaltet, fließt über diesen Spannungsteiler hier einen Strom. Damit kann ein Basisstrom bei Q2 fließen, bei diesem PNP-Transistor und dieser wird eingeschaltet, das heißt dort fließt ein Strom vom Emitter zum Kollektor, wird dann über die Diode D1 hier an der Stelle die beiden Gates aufladen. Das heißt, dann haben wir hier am Eingang dieses Inverters einen High-Pegel bezogen aufs Bezugspotential US und laden das auf die Spannung von diesem Kondensator C1 auf. Umgekehrt, wenn jetzt hier Q1 sperrt, das passiert, wenn wir hier bei der Steuerspannung einen Low-Pegel haben, fließt hier runter kein Strom, das heißt über R1 entsteht kein Spannungsabfall. Mehr oder weniger, die ganze Spannung wird über Q1 abfallen. Achtung, deswegen muss Q1 ja auch eine hohe Spannung letztlich sperren können. Der Widerstand R5 sorgt dafür, dass sozusagen hier auch der Transistor Q2 dann aus ist. Es fließt kein Kollektorstrom an dieser Stelle, das heißt über Di1 fließt auch kein Strom. Dann wird über diese Schaltung aus Q3 und R6 hier der Inverter-Eingang auf sein Bezugspotential entladen und der Transistor M3 anschalten. Das heißt tatsächlich werden wir hier eine invertierende Funktionalität kriegen. Wenn wir hier einen High-Pegel haben bei der Steuerspannung, sind sowohl Q1 als auch Q2 eingeschaltet. Damit hier der Eingang dieses Inverters auf dem High-Pegel geschaltet, kriegen wir am Ausgang ein Low. Und umgekehrt, wenn wir hier einen Low-Pegel haben, sperren Q1, Q2 und diese Diode D1, Q3 wird leiten. Und damit kriegen wir einen Low-Pegel am Eingang dieses Inverters. Der Transistor M3 wird leiten und dann hier den MOSFET einschalten. Schauen wir uns an, dass das funktioniert. Dann habe ich jetzt hier mal wieder aus der Simulation heraus betrachtet an dieser Stelle die Verläufe einerseits von dieser Steuerspannung, andererseits von dieser Spannung von Gate nach Source bei diesem High-Sight MOSFET. Wir können vielleicht auch noch an dieser Stelle kurz die Spannung messen hier am Ausgang dieser Inverter-Stufe, um uns das anzuschauen. Sehen wir jetzt ein bisschen hier in diesem schwingenden Verlauf. Sehen wir also tatsächlich, lassen wir uns wieder raus, wir haben hier einen invertierenden Zusammenhang an dieser Stelle. Wir sehen hier an der Stelle, okay, einschalten, ausschalten, passiert jetzt wieder in Anführungszeichen relativ niederohmig über diesen Low-Sight-Treiber. Die Schaltung funktioniert, aber wir sehen, es gibt hier so Verzögerungszeiten bzw. auch Impulsverkürzungen bzw. Impulsverlängerungen in dieser Schaltung. Tatsächlich, die eigentliche Schaltung, will man das wirklich im Detail verstehen, muss man sehr tief einsteigen, muss sich das wirklich genau angucken. Das ist jetzt nicht Sinn und Zweck dieses Videos, wir wollen hier bloß gucken, wie das prinzipiell funktioniert. Das heißt tatsächlich, diese Kombination, wir haben hier einen Low-Sight-Schalter, diese Bootstrap-Schaltung plus einen Pegelwandler und damit können wir dann tatsächlich auch einen an dieser Stelle High-Sight-Treiber realisieren. Wie gesagt, in der Praxis würde ich am häufigsten versuchen, integrierte Treiber einzusetzen, wenn nicht Kostengründe dagegen sprechen, weil man dort in Anführungszeichen eine definierte Performance letztlich kriegt. Das hier kann natürlich manchmal aus Kostengründen günstiger sein, wobei die Performance oftmals schwer zu erreichen ist, die man heutzutage von integrierten Treibern kriegt. Dann wollen wir jetzt hier auch nochmal als eine zweite Lösung für so einen High-Sight-Treiber was komplett anderes angucken, sozusagen direkt bloß eine, die mit so einem Impulsübertrager auskommt. Das heißt tatsächlich, werden hier Energie und das Steuersignal über einen einzelnen kleinen Signaleübertrager, manchmal Gate-Drive-Transformer oder Impulsübertrager bezeichnet, geliefert. Das heißt tatsächlich haben wir hier vorne eine Steuerspannung, diese Steuerspannung sei jetzt hier eine bipolare Spannung, die zwischen minus 12 Volt und plus 12 Volt hin und her geht. Wir haben hier die Primärseite eines, dieses Impulsübertragers. Auf der Sekundärseite hier haben wir ein Netzwerk aus dem Kondensator und einer Diode. Das sorgt dafür, weil der Transformator ja bloß Wechselspannung übertragen kann, dass wir hier sozusagen über der Diode ein Signal kriegen, was wieder ein pulsweit moduliertes Signal ist. Das heißt tatsächlich, diese Schaltung macht nichts anderes, als sozusagen den Nullpunkt auf der Sekundärseite zu verschieben, so dass man hier wieder ganz grob einen Spannungsverlauf kriegt, ein PWM-Signal, dessen Low-Wert bei 0 Volt ist. Hier D1, Q3 und R6 bilden so ähnlich wie bei dem diskreten Highside-Treiber eine Ansteuerung für das MOSFET-Gate, Q3 und R6 zum Ausschalten. Über D1 wird er sozusagen direkt eingeschaltet. Und dann schauen wir uns auch hier an, wie jetzt hier die Spannungs- und Stromverläufe sind. Dann habe ich jetzt auch hier, wie wir sehen, die Steuerspannung und auch hier die Gate-Source-Spannung dargestellt. Wir sehen sehr schön hier wieder beim Ein- und Ausschalten das Mittlerplateau und davor und danach in Anführungszeichen diese exponentiellen Ladeverläufe. Wir sehen also tatsächlich die Impulsbreite, ist jetzt natürlich ein idealer Transformator, was hier simuliert ist. Das heißt, die Bandbreitenbegrenzung durch die parasitären Elemente des Transformators sind hier bis auf diese Hauptinduktivität im Wesentlichen nicht drin. Sehen wir sehr schön sozusagen dieser Impuls direkt übertragen. Der MOSFET wird auch sicher sauber eingeschaltet. Schauen wir uns mal die Ströme an, die dann jetzt hier fließen. Sehen wir sehr schön sozusagen hier diesen Ladestrom und den Endladestrom. Kurz einen hohen Peak im ersten Augenblick, wenn das Gate an dieser Stelle entladen ist. Danach hier ein näherungsweise konstanter Strom während dem Verlauf des Millerplateaus und dann hier abnimmt mit einem exponentiellen Verlauf, wenn die Spannung zunimmt. An dieser Stelle bis das MOSFET-Gate vollständig eingeladen ist. Das gleiche beim Ausschalten. Sieht jetzt auf den ersten Blick sehr schön aus. Das heißt, auch hier sehen wir, okay, das sieht aus wie eine relativ einfache Schaltung, um so einen Highside-Treiber anzusteuern. Kleiner, warnender Hinweis. Diese Schaltung hat ein paar Probleme manchmal, wenn man sie anwendet. Das heißt, man sollte sich überlegen, okay, was passiert, wenn jetzt auf einmal das Ansteuersignal wegfällt. Das ist eine kleine Sache. Kann man selber überlegen, was dann passiert. Diese Kapazitäten und auch die Sättigung des Transformators können dort eine Rolle spielen. Und das andere ist, was passiert, wenn ich sozusagen entladene Kapazitäten hier habe, einen Einspringvorgang kriege oder so. Das kann ja manchmal auch zu sehr unschönen Verläufen führen. Das heißt, auch diese Schaltung ist nicht in dem Sinne optimal. Manchmal kriegt man Zustände, wo dann hier der MOSFET für mehrere oder der Leistungsschalter für mehrere hochfrequente Schaltperioden eingeschaltet ist oder so. Und das kann denen gegebenenfalls überlassen.